So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine Infofolge, denn heute wurde die neue Season bekannt gegeben für Dezember, Januar, Februar, also die Winterjahreszeit. Ich habe mich dazu entschlossen, kein Season-Video zu machen für die drei Monate, weil die meisten Termine, die euch dann genannt werden, da sind eh Fragezeichen dran, man weiß gar nicht genau, was da kommt, man weiß nur, dass da was kommt. Und es gibt ja eh für jeden Monat die Monatsübersicht. Mir reicht das dann für Dezember, für Januar und für Februar einzeln, die Monate zu zeigen, was in dem Monat abgeht, damit ihr das übersichtlich habt, anstatt jetzt von Februar zu reden und euch Fragezeichen zu präsentieren. Außerdem gibt es das nicht als Blogpost schön zusammengefasst und das ist immer so unübersichtlich alles. Der Bonus ist auch nicht so krass diesmal, aber wir werden wohl drei Monate lang dann ein garantiertes XL-Bonbon haben, wenn wir den, ja, wenn wir tauschen. Es gab ja schon mal zwei Raid-Passe täglich oder eben zwei Spezial-Trades täglich. Die ganze letzte Zeit gab es jetzt doppelte Erfahrungspunkte bei Freundschafts-Level-Aufstiegen, was richtig gut war, drei Monate lang. Und jetzt sind es halt dann garantiertes XL wieder mal beim Tauschen von Pokémon, so, unabhängig von der Entfernung. Was ich euch aber zeigen möchte, ist der C-Day im Dezember, der Super-C-Day, der Best-of-C-Day, wie auch immer. Das ist jetzt nicht so neu, man kennt ja schon das Prinzip, dass alle C-Days, die im Laufe 23 da waren, also außer die Classics, sondern nur die normalen, regulären, im Dezember nochmal kommen, an einem C-Day-Wochenende, an zwei Tagen verteilt, einmal so, einmal so. Wir müssen natürlich gucken, an welchem Tag kommen welche Pokémon zurück. Es gibt ein Raid-Day, wurde, glaube ich, auch noch angekündigt, da mache ich aber noch ein extra Video dann dazu. Jetzt also erstmal alles zum C-Day. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich ja die Übersichtsseite von der Season, von der nächsten Season in der Beschreibung verlinken, sodass wer doch mal die Beschreibung sieht und findet, bei mehr Anzeigen, sich die Season durchlesen kann. Ansonsten habt ihr ja eh jedes einzelne Event, ein Infovideo und alles, was so kommt, Infovideo und nicht alles mit einmal, weil ihr habt dann eh vergessen, was im Februar ist. Lieber im Februar euch zeigen, was im Februar ist. Holt diesen Community-Day, verpasst es nach Pokémon der Community-Days in den Jahren 22 und 23 her und zurück, um das Jahresende zu feiern. Joa, was wir zuletzt jetzt hatten, war also Felino. Was ich besonders stark fand, war Praktibalk. Was ich jetzt hier sehe, was der Habanero, glaube ich, gar nicht hatte, weil das vor seiner Zeit war, da gab es ihn noch nicht, ist zum Beispiel Togetic. Wann kommt aber jetzt was? Wir gehen mal direkt hier runter und schauen mal. Community-Day im Dezember 23 wird am 16. und am 17. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr stattfinden. Ich gehe zum Sea-Day ja dann meistens raus in den englischen Garten. Von 14 bis 15 Uhr streame ich eine Stunde, mache da immer meine Challenge mit Poopsie, dass wir gucken, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny vor 15 Uhr, wer kriegt die meisten Shinies in dieser einen Stunde. Und dann fahre ich meistens nach Hause, lasse noch ein bisschen den Klicker laufen oder das Gottscher und gucke, wenn zu Hause was sitzt, wenn ich das im Ausbeute-Video noch fange, ob da nochmal was kommt und rede über den Sea-Day für die Leute, die den Stream nicht geguckt haben. Das werde ich da sicherlich auch so machen, diesmal halt besonders, dass man eben an beiden Tagen rausgeht und draußen spielt. Zu Zeiten von Hildburghausen damals, da hat man sogar noch drei Tage, ach drei Tage, drei Stunden durchweg gehen gespielt. Mittlerweile reicht mir eine Stunde Challenge mit Poopsie als Spaziergang und dann hat halt alles abgenommen, ist halt alles nicht mehr so krass. Eventboni, es wird doppelte Fang-EP geben, halbierte Schlüpf-Distanzen, doppelte Chancen auf XL-Bonbons für Pokémon, beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31, es wird Rauch wieder mal drei Stunden erhalten, weniger Tauschkosten, Tauschen kostet 50%, weniger Staub, doppelter Fangstaub, doppelte Fang-Bonbons, Log-Module drei Stunden, ein zusätzlicher Tausch, das heißt zwei pro Tag. Das habt ihr ja bei den Classic Sea-Days nicht, aber bei den regulären Sea-Days habt ihr eigentlich immer einen zusätzlichen Tausch dabei, also zwei statt ein an dem Tag, aber wenn der Boni sowieso ist, dass ihr eine Season lang zwei Trades habt, habt ihr an dem Tag dann halt drei. Jetzt könnt ihr also dann am Samstag und am Sonntag zwei Spezial-Trades machen, was für ein Habanero gut ist, weil der Habanero, der Free-to-Play-Account, sich momentan versucht immer den Pokédex ein bisschen zu füllen. So, was erscheint am Samstag? Am Samstag wird es Fleckmon und Galafleckmon geben, Togetic, Igamaro, Fünx und FM. Als stärkstes Pokémon hier aus dem Kreisel würde ich jetzt Togetic ansehen, das wäre also der Favorit vom Habanero, Togetic, Togekiss. Habe ich damals immer in der Meisterliga gespielt, mit dem Hauptaccount würde ich jetzt auch noch als guten Feenangreifer irgendwo mit sehen, gegen Drachen, Drachenkonder, alles hin und her. FM-Bonbons noch zu farmen vielleicht, wem die Weiterentwicklung fehlt, dem Habanero, der hat die natürlich auch nicht, der braucht FM-Bonbons, ansonsten hat er, glaube ich, kein einziges Pokémon von denen als Shiny und das wird für ihn also gefühlt alles neu sein, alles neu. Highlight aber, Togetic, könnt ihr mal reinschreiben, was euer Highlight ist am Samstag, was ihr dann besser findet, Samstag oder Sonntag. Sonntag, Quapsel, Felino, Paldea Felino, Praktibalk, Milza, Froxy, Mabula. Felino war erst, genau, Quapsel, Skando, ist cool, Praktibalk, ist stark, ist nützlich, Milza, ist eigentlich auch cool, aber gefühlt trotzdem nur ein Pokédex-Füller. Froxy, Quajutsu, ja, cool, nützlich vielleicht auch, Mabula, fand ich als Shiny irgendwie sehr nett, als ich das das erste Mal gesehen habe und das war, glaube ich, der CD auch, den ich mit einem Ausweich-Account mit dem Eiwa-Mild spielen musste. Das heißt, der Habanero hat auch Mabula verpasst. Der Habanero hat wahrscheinlich auch Froxy und Milza verpasst, der Habanero hat wahrscheinlich nur Quapsel, Praktibalk und Felino gehabt, als Sea Days, wenn man jetzt von den Classics absieht. Das heißt, hier ist trotzdem noch etliches Neues dabei. Für mich wäre hier das Highlight aber weiterhin Praktibalk. Da noch ein gutes nochmal mitzunehmen, da nochmal XL zu sammeln, normal Bonbonk zu sammeln, Meister Grief Armee vielleicht nochmal machen, irgendwas hin und her. Das ist auf jeden Fall stark, ein gutes Milza, kann man sich auch mitnehmen, Froxy. Also, ich glaube, am Sonntag sind interessantere Pokémon drin, als am Samstag. So, was haben wir aber hier, was ist das denn jetzt? Mit etwas Glück könnt ihr an beiden Tagen auch den folgenden Pokémon begegnen. Sie erscheinen während der letzten 10 Minuten jeder Stunde zwischen 14 und 17 Uhr. Also, die letzten 10 Minuten kommt dann plötzlich Glumanda, Shiggy, Voldilam, Quiegel, Lavitar rein. Ja, Lavitar, Quiegel wären natürlich ultra nice, waren ja Classic Sea Days wohl. Voldilam, Shiggy, Glumanda waren auch Classic Sea Days. Ja, Glumanda, Shiggy, ja gut, für Mega-Entwicklungen, ne. Voldilam hat auch Mega-Entwicklungen, Lavitar hat Despo da ja auch eine Mega-Entwicklung noch. Quiegel ist der einzige ohne Mega-Entwicklung, aber trotzdem als Krypto, Mammutl, wäre der krass, wäre der cool. Also, das ist eigentlich auch besonders und stark. Meine Highlights wären aber Quiegel und Lavitar von dem unteren Pott. Aber nur immer 10 Minuten, das heißt für uns einmal 10 Minuten, nämlich von 14.50 bis 15 Uhr, das zu fangen. Raids, da wird ein ganz anderer Mist reingehauen aus den vergangenen Jahren. Raids der Stufe 1. Sandan, Alola Sandan, Alola Kleinstein, Hopsprosz, TD Ursa, Galazikzak, Semopsz, Stachalili, Kießling, Lichtl, Capuno, Berlursi. Die, äh, was ist stark? Wahrscheinlich Lichtl und Capuno. Die finde ich nützlich. Was ich cool finde, ist erstmal wurscht, aber die finde ich sehr nützlich. Was haben wir in Eiern? Dann, dasselbe nochmal, was hier oben steht, also dasselbe, was in Raids ist, ist auch in Eiern. Wirklich haargenau dasselbe. So könnt ihr also aus 2km Eiern auch die Brüte, eine exklusive Attacken. Die müsstet ihr ja eigentlich kennen, wenn ihr mal aufgepasst habt. Glurak, Turdog, Sandama, also die werde ich jetzt alle nicht nochmal vorlesen. Ihr könnt ja eh von jedem, was ihr fangt, immer mal das Beste durchentwickeln. Dann habt ihr alles mit einer Siederjattacke dabei. Bei manchen braucht man die nicht unbedingt, bei anderen sind die wirklich sinnvoll. Äh, Despo da mit Katapult ist zum Beispiel als sofortattacke sehr nice. Viele Sachen sind nur für GWL relevant. Ich bin ja eher der Raider immer gewesen, auch weiterhin. Hier ist Gelabra, Poltergeist. War, glaube ich, auch nicht so wichtig. Da hat man, glaube ich, auch weiterhin immer Wutanfall gespielt. Und Triggefalo mit Wirbler, das war krass, ja. Ansonsten, die Stade haben ihre Sachen wieder hier. Aqua, Hobbitze, Lohe, Kanonade, Flora, Stadur, das kennt man ja. Uhafnir war, glaube ich, auch komplett nutzlos, die Attacke. Und, ja, Sülord haben wir ja erst gehabt. Es wird wieder eine Spezialforschung geben, wo man wieder ein Ticket erwerben kann für 1 Euro. Hat man dann jetzt eine Forschung am Samstag nur? 1 Dollar, Beginn, nichts, Dings. Also, ich glaube, es wird natürlich dann nur am Samstag eine Forschung geben. Für Sonntag gibt es nicht extra eine Forschung. Mit dem Ticket. Ihr könnt mir das Ticket wieder giften. Müsst ihr nicht? Wenn, ach so, ja. Wenn mir keiner eins giftet, dann habe ich keins, weil ich darf mir ja selber keins kaufen. Bis jetzt hat das aber immer geklappt, dass jemand eins gegiftet hat. Finde ich immer cool, denn alles, was da drin ist, ist auf jeden Fall mehr wert als dieser 1 US-Dollar oder 1 Euro, den man sonst da reinschmeißt. Das heißt, befristete Forschung. Eine kostenlose befristete Forschung wird verfügbar sein, bei der Kingsteine, Magnetlogmodule und Begegnungen mit Pokémon der Community Days aus 22 und 23 als Belohnung winken. Fand ich ja, wie gesagt, schon immer gut, dass wenn ihr ein bestimmtes Entwicklungs-Item an einem C-Day gebraucht habt, dass ihr euch eine kostenlose Forschung befristet hingestellt habt, wo ihr einfach ein paar Pokémon fangt und habt dann diese Steine bekommen, die ihr für den C-Day gebraucht habt. Hier kriegt ihr also auch Kingsteine, weil ja da Flagmon mit dabei ist. Ihr kriegt Magnetmodule daraus, weil ihr ja auch Mabula entwickeln müsst. Dafür ist gesorgt, das müsst ihr nicht vorher haben. Feldforschungen. Eine Feldforschung wird verfügbar sein, die zu Begegnungen mit den Pokémon der Community Days aus 23 führt. Sticker wird es geben beim Drehen von Stops, wenn man Geschenke öffnet und so weiter und Showcases. Die haben es ja bei den letzten zwei Showcases so verkackt, dass da auf einmal statt Woldilam war Shiggy drin, statt Quapsel war Shiggy drin. War es überhaupt Quapsel? Ich weiß. Die letzten zwei waren auf jeden Fall plötzlich mit Shiggy, obwohl Shiggy gar nicht das C-Day Pokémon war. Es warten Showcases an verschiedenen Pokestops auf euch, bei denen ihr mit den Pokémon der Community Days im Jahr 23 teilnehmen könnt. Man hätte also alles aufheben müssen. Oder man fängt es halt neu an dem Tag. Das wird sowieso so umfangreich. Ich habe es ja gesehen, Paldea Starder Showcase war jetzt, ich sehe drei Dinger, alles drei Krokel. Hast du gar keinen Quacks gebraucht oder so. Aber ja, das wird auf jeden Fall cool, spannend. Ich mag Showcases mittlerweile wirklich, gerade als Free-to-Play-Spieler. Kriegt ihr da immer richtig wertvolle, nützliche Items, gerade was auch Lokmodule betrifft. Was auch Brutmaschinen betrifft vor allem, dass ab und zu mal auch eine Brutmaschine drin ist. Das ist cool. Oder eben auch Sternstücke, Glückseier, Showcases sind cool. So, was sind eure Highlights? Meine habe ich euch ja gesagt. Und ich werde versuchen, beide Tage zu spielen. Ich hoffe, da ist nichts anderes. Ein kleiner Spaziergang jeden Tag, das muss schon drin sein. Das war es von meiner Seite aus. Wir werden gleich noch ein Video machen zum Raid Day. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr mein 15 Uhr Video, mein Free-to-Play-Eier-Video guckt. Und das jetzt wieder nicht untergeht, weil jetzt wieder tausend Infovideos hier rauskommen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.